Hallo und herzlich willkommen. Heute, 27. April 2022, 16 Uhr, wird sicherlich eines der wichtigsten Objektive des Jahres vorgestellt werden. Und zwar das Sony FE 2470 2,8 G-Master in der Version 2. Und warum das für euch so dolle ist und ob das mein Hund mag, das sehen wir in diesem Video. Mein Name ist Martin Wagner, Leiter Trends und Training, der Ringfoto. Und schauen wir mal rein. Das gute Stück ist natürlich, wie sich das für ein ordentliches 2470er gehört, ja oftmals gar kein Einzelobjektiv, sondern ja Teil der heiligen Dreifaltigkeit. Das ist ja das, was sich bei sehr, sehr vielen Fotografen in der Tasche findet. Und zwar die Kombination 1635er als Weitwinkelzoom, das 2470er als Normalsum und das Telesum 70 bis 200. Also diese Dreifaltigkeit, die dort ganz, ganz typisch ist bei sehr, sehr vielen Fotografen. Und das ist auch der Grund, warum ich eben so frech sagte, das ist eine der wichtigsten Vorstellungen, natürlich vor allem für die Sony-Fotografen des Jahres. Und wir haben ja da mittlerweile eine große Auswahl an 2470ern, allein auch schon von Sony. 2013 ist ja das Sony-Vollformatsystem, die A-Kameras, vorgestellt worden. Gleich bei der Vorstellung 2013 ist ja auch schon das 4.0 2470er vorgestellt worden, 2014 dann ausgeliefert worden. Zwei Jahre später, 2016, haben wir dann das bekommen, was ja sehr viele Profis dann einfach auch haben möchten, nämlich mit der Lichtstärke 2,8, Entschuldigung, das 2,8er 2470er G-Master dann auch, was für damalige Verhältnisse ja wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat. Und jetzt neu 2022 unser 2,8 2470 G-Master 2. Und hier sehen wir auch schon mal eine der wesentlichen Geschichten, dass es nämlich deutlich kleiner ist. Und wie viel deutlich kleiner, das habe ich hier mal ganz kurz aufgeführt. Und zwar ist es fast 200 Gramm leichter mit rund 700 Gramm. Das ist natürlich auch eine Sache, die gerade für Leute, die mit Gimbal arbeiten, eine unwahrscheinlich wichtige Geschichte ist, weil hier zählt ja jedes Gramm, weil alle bewegte Masse heißt auch, dass sich Batterieverbrauch und je geringer da die Masse ist, desto geringer ist da natürlich dann auch der Spritverbrauch des Gimbals. Also rund 200 Gramm leichter. Es ist auch kleiner, fast 2 Zentimeter kürzer. Durchmesser ist ähnlich. Die 0,32-fache Vergrößerung, auch eine deutliche Verbesserung gegenüber den alten. Da haben wir eine rund 1,4er Vergrößerung gehabt und hier natürlich jetzt 1,3er, also deutlich stärker dann auch. Mit 4XD-Linearmotoren, um so ein bisschen mal hineinzugehen, gleich schauen wir nochmal tiefer rein, aber das schon mal als wichtige Geschichte. Mit 4XD-Linearmotoren ist es natürlich ultraschnell. Wie schnell, das gucken wir uns gleich an. Und es hat, für mich ganz wichtig, einen sehr, sehr guten Staub- und Spritzwasserschutz. Wer versprochen, wir gehen auch mal hinein. Das ist der Linsenschnitt und hier sehen wir auch gleich schon, wie aufwendig das Ganze gemacht wurde. So wie sich das für ein zeitgemäßes G-Master-Objektiv auch gehört. Wir haben zwei Extreme Aspherical Linsen. Drei Asphären sind da drin. Das sind die mit lila hier drin. Wir haben mit Super-ED-Class zwei verschiedene Linsen dann auch drin. Und zwei mit einer Extra-Low Dispersion oder mit einer super geringen Brechung. Also sehr, sehr aufwendig der ganze Geschichte. Es sind übrigens 20 Elemente in 15 Gruppen in diesem Objektiv verbaut. Und was mir ganz besonders gefällt, nämlich immer viele Knöpfe und Schalter. Wir haben hier zum einen ja auch oben an dem Ring sehen, weil es zwei Focus-Lock-Taster, die natürlich beliebig belegt werden können. Ich lege mir da in der Regel immer die Umschaltung zwischen Mensch und Tier für den Augen-Autofokus rein, weil das bei mir sehr, sehr häufig auch genutzt wird und ich das gerne am Objektiv habe. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Da haben wir natürlich dann auch unseren Autofokus-Manuell-Fokus-Umschalter. Und hier ist natürlich auch wieder durch die entsprechenden Motoren, die wir drin haben, kann ich hier ja auch eine sehr, sehr schöne Führung des Ganzen haben. Viele Knöpfe und Schalter. Hier unten ist auch noch mal einer. Und zwar habe ich ja diesen 3- bzw. 2-Ring-Design, den wir in den neuen Objektiven ja auch haben. Bei den Festbrennweiten haben wir hier ja diese 2-Ring-Geschichte, das heißt Scharfeinstellung und die manuelle Blendeneinstellung. Wie hier beim 14er, 20er, 24er, 35er, 50er, 85er und 135er und beim Zoom, bei dem neuen 1635er und beim 70-200er. Da haben wir ja dann das 3-Ring-Design und hier haben wir es ja auch, weil es ein Zoom-Objektiv ist, das heißt Schärfe, Blende und natürlich dann den Zoom. Da haben wir dieses 3-Ring-Design und haben hier ja bei der manuell einstellbaren Blende, kann ich natürlich dann auch auf Automatik drehen und damit ich es nicht aus Versehen verstelle, kann ich dann also die Blende verriegeln. Dann ist die halt fest auf der Automatik. Die Blende ist auch noch mal ganz wichtig. Auf der anderen Seite haben wir zum einen unten den D-Klicker, da komme ich aber gleich noch drauf. Wichtig für mich auch oben die Einstellung und das ist eigentlich bei einem 24-70er nicht so üblich. Hier habe ich es sehr, sehr gerne gemocht und zwar die Einstellung Smooth und Tight für das Zoom. Der eine oder andere kennt das vielleicht von Telesoom-Objektiven, da gibt es das zum Teil auch. Da ist es aber meistens dazu gedacht, dass wenn ich das Objektiv so auf dem Kopf habe, dass es dann nicht aufgrund des großen Gewichtes des Teleobjektivs sich so langsam aber sicher selbst nach außen bewegt. Hier ist es wirklich rein die Führung des Ganzen und hier habe ich also gemerkt, ich habe es beim Fotografieren gerne auf Tight, dass es also ein bisschen schwergängiger ist, aber trotzdem noch sehr gut bedienbar ist. Und beim Video auf Smooth, weil wie das 1635er, wo wir es ja motorisch machen können, haben wir hier auch die Möglichkeit, das zeige ich euch auch gleich noch, sehr, sehr schön den Vertigo-Effekt zu machen. Und das haben wir hier dann natürlich über die Smooth-Einstellung sehr, sehr geschmeidig machbar. Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, den D-Klicker, das heißt die Blende, die ja, wenn ich sie manuell einstelle, entsprechend auch klickt, die kann ich für das Video filmen, kann ich es ausstellen, dieses Klicken, so dass ich es zum einen stufenlos habe und zum anderen logischerweise lautlos. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, das Objektiv von vorne, dann sehen wir, dass wir nicht sehen, deswegen habe ich das hier nochmal vergrößert, Leute, die mit Flächenfiltern arbeiten oder überhaupt mit starken Filtern, starken Graufiltern, aber auch Leute, die im Makrobereich zu Hause sind, die lieben es ja, wenn die Beschriftung nicht auf dem Frontbereich ist, weil das kann sich im Motiv spiegeln oder aber dann, wenn es ganz blöd kommt, im Filter dann einfach für eine schlechtere Qualität sorgen, sondern hier haben wir es seitlich. Und ihr seht auch, Filterdurchmesser weiterhin 82 Millimeter, das heißt, wenn ich mein altes 24-70er in einem System dann auch habe, dafür die Filter habe, dann kann ich das 1 zu 1 entsprechend übernehmen. Vorteil hier natürlich jetzt die deutlich bessere Naheinstellgrenze. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Naheinstellgrenze und ihr wollt ja auch Bilder sehen, habe ich hier mal ausprobiert, das ist also die kürzeste Naheinstellgrenze, hier übrigens bei Blende 2.8 und ich hole es mal ein bisschen ran, also unwahrscheinlich schön und worauf wir bei so einem Objektiv ja dann auch im Achten nehmen, hier so den chromatischen Aberrationen, die man hier eigentlich gar nicht sieht, trotz wirklich mieser Beleuchtung und der offenen Blende 2.8, sehen wir einen sehr, sehr schönen Schärfeabfall, so wie ich es erst gern habe. Aber das ist natürlich auch bei den G-Master Objektiven der neueren Generation, haben wir in der Regel ja immer diese 11-Lamellen-Kreisrunde Blende, sodass wir da auch wirklich ein sehr, sehr schönes Bouquet haben. Und Kreisrund führt natürlich dazu, nicht nur wenn ich es offenblendig habe, sondern auch wenn ich es geschlossener habe, wie hier, das ist jetzt Blende 11, auch das holen wir uns mal ran, dass wir da auch einen sehr, sehr schönen Schärfeabfall haben und eine unwahrscheinliche Schärfe. Also das macht richtig Spaß. Kontrastleistung ist mir aufgefallen, ist enorm. Hier, wir bleiben mal beim Thema Musik, Mesa Boogie Transatlantic und der ist ja so von innen beleuchtet, deswegen habe ich den hier mal fotografiert und wenn wir uns das hier mal anschauen, unwahrscheinlich, obwohl das eigentlich ja im Schatten liegt und hier voll das Licht draufhaut, kann ich hier sehr schön die Einstellung zwischen 15 Watt und 40 Watt bei dem Verstärker dann auch sehen. Also eine sehr, sehr coole Geschichte. Also wirklich von der optischen Leistung her absolut cool. Geschwindigkeit ist mir heute ja wichtig, wenn ich Kameras wie eine A1, wie eine A9, aber auch die neue A7, A4 habe, ist es ja unwahrscheinlich, oder hier, da ist es ja wahnsinnig wichtig, dass hier auch mit den zum Beispiel 30 Bildern pro Sekunde das Objektiv auch Schritt hält mit der Scharfeinstellung. Und das probiert man am besten natürlich immer bei dem rennenden, beziehungsweise springenden Hund. Und hier habe ich Lucky mal rennen lassen und wir sehen hier jedes einzelne Bild knackig scharf. Und jetzt, so, das ist eigentlich das Bild, das man ja dann haben will. Hier springt er dann schon runter und hier habe ich die Kamera dann runtergenommen. Wir nehmen das Bild, das ich eben angesprochen habe und holen uns das mal ran. Und obwohl hier das eine Auge im Dunkeln ist und das andere Auge ein klein wenig blind ist, er ist da ein bisschen behindert, haben wir hier eine unwahrscheinlich gute, und er ist da wirklich sehr, sehr flott drüber gehüpft, sehr, sehr gute Scharfeinstellungen. Jedes Bild einzeln super scharf. Super scharf übrigens nicht nur bei den Serienfotos, sondern auch im Videobereich. Und hier habe ich mal ein bisschen was mit der FX3 dann auch gefilmt. Und gleich mal ein paar Beispielaufnahmen, die direkt von Sony auch kommen. Das Objektiv, wie gesagt, da habe ich es übrigens gerne, dann das Zoom auf Smooth, nicht auf Tight. Was das bringt, sehen wir auch gleich bei einem Video von Sony. Was wir hier ja haben und bei der FX3 ist es ja auch nicht so, das Lens Breathing ist optisch schon extrem gut gelöst. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Schärfenebene verlege, habe ich so gut wie keinen Größensprung. Bei einer A7 IV und einer FX6, da kann ich das ja softwaremäßig sogar nochmal unterstützen. Da ist es ja komplett weg, aber auch bei den Kameras, die das nicht machen, wie zum Beispiel der FX3, wie hier der 7C und so weiter. Die Kameras, die ja sehr häufig dann auch fürs Filme verwendet werden. Da habe ich das auch so gut wie nicht, weil es hier auch optisch unterdrückt wird. Und was eine sensationelle Geschichte ist, ist, dass wir das auch nicht nur bei feststehendem Zoom, bei einer feststehenden Brennweite haben, sondern die Geschwindigkeit, das Kontrollieren des Ausschnittes und so weiter enorm gut auch funktioniert, wenn ich beim Filmen zoome. Was man normalerweise ja nicht macht, schaut euch mein Video zu 1635er an mit dem Vertigo-Effekt oder dem Dolly-Zoom, wie es neudeutsch heißt. Und hier sehen wir, wie das Ganze ausschaut und wie die Schärfe perfekt bleibt. Der Augen-Autofokus trotzdem noch perfekt arbeitet, wenn ich zoome, wenn ich hin und her fahre. Also das ist wirklich sensationell, was wir hier hinbekommen. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Was ich kaum hingekriegt habe, was beim alten gerne mal zu sehen war, wenn es ein bisschen fieser wurde, sind Flares. Und hier haben wir ja die neueste Vergütung dann auch drin, beim G-Master 2. Und da musste ich mich also schon sehr, sehr anstrengen, um Flares zu bekommen. Bei 70 Millimetern fast unmöglich, bei den 24 Millimetern konnte man es schon mal hinkriegen. Aber wie gesagt, da muss man es wirklich schon provozieren und dann kriegt man das auch hin. Aber das ist halt ein Objektiv eher für die, die die perfekte Abbildungsleistung in der Kamera haben wollen. Wenn sie Flares haben wollen, dann rechne ich das nachträglich dazu. In der Kamera wird das dann da typischerweise nicht gebracht, weil es sollen optimale Bilder gebracht werden. Also hier mal unter optimalsten Bedingungen, und das holen wir uns auch nochmal ran, unwahrscheinlich die Schärfe, der Kontrast, alles traumhaft gut. Also Lucky findet es gut, unwahrscheinlich gutes Objektiv. Schaut es euch bei eurem Fotohändler an, das neue G-Master 2 Sony FE 2470 2,8. Unbedingt ausprobieren, macht es an eure Sony dran, guckt wie schnell der Autofokus ist, was wir hier für neue Möglichkeiten haben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.